Wieder ab, Randmasche, dreimal rechts, 1, 2, 3, Umschlag und daneben Abnahme, zwei Maschen rechts, Maschenanzahl bleibt gleich, bis Ende rechte Maschen stricken, das ist einfache Zarke, das heißt es gibt kein anderes Muster dazwischen noch, Rückreihe, wenn wir umdrehen, unsere Löcher sind auf der linken Seite, das ist eine Rückreihe, alle Maschen rechts, bis zu letzten zwei, abheben, rechte Maschen, es sind ziemlich viele noch, bis zu zwei, die zwei, rechts zusammen, abgenommen. Umdrehen, unsere Löcher sind rechts, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, wir brauchen noch zwei Löcher, noch zwei Reihen mit Löcher, mit Abnahmen, Randmasche, dreimal rechts, Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen und bis Ende Rest, rechte Maschen. Drehen, Rückseite, das gleiche, Rückseite, rechte Maschen strecken, bis zwei letzten, zwei und rechts zusammen. Drehen, wieder die rechte Seite, schon vier Löcher nach links oben gehen, das fünfte, fünfte Loch kommt jetzt, Randmasche, eins, zwei und drei rechte Maschen, Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen, bis Ende bleiben drei Maschen, rechts strecken und die Rückreihe. Umgedreht, Randmasche, bis zwei letzten Strecken und zusammen. Wir haben am Anfang, ganz am Anfang sieben Maschen gehabt. Das ist nur für ganz Anfang. Danach schmalzt die Stellewirt aus acht Maschen. Wir haben jetzt erste Zake fertig, so schnell ging es. Schauen wir mal. Hier müssen jetzt acht Maschen bleiben. Acht, fertig. Noch prüfen, wir können nach Löchern prüfen. Fünf, jedes Mal fünf Löcher. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und wieder von der Spitze, von dem gleichen Loch zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf, fünf. Dann die Zake fertig. Eigentlich sind das neun Löcher. Wir zählen einfach das gleiche Loch zweimal. Dann ist es symmetrisch. Das heißt, bis zu diesem Zentralen sind vier Löcher oben und vier Löcher unten. Es ist immer leicht nachzuprüfen, wo ich stehen geblieben bin. Schnell Löcher nachzählen, fertig. Löcher und vielleicht hier noch Maschen. So, jetzt stricken wir weiter. Noch Zaken. Jetzt möchte ich aber eine... Im Prinzip könnte ich zweimal Kraus rechts stricken und zwei in glatt. Dann können wir dann später Maschen aufnehmen auf zwei Varianten, wie Sie sehen. Die Zaken sind klein, also mache ich nochmal. Also wiederholen wir jetzt das gleiche nochmal. Jetzt kommen wieder Zunahmen. Randmasche. Wie war das Bit mitzunahmen? Zwei Maschen rechts und Umschlag. Zwei Maschen rechts, Umschlag und bis Ende recht stricken. Wir waren die Rückreihe in dem ersten Teil. Einfach alles rechts stricken. Nicht vergessen, die Randmasche ist immer die erste zum Abheben. Die erste zum Abheben des... Wir bekommen dann Kettenrand. Und das ist genau das, was wir brauchen. Und zwar auf allen Seiten. Hier auch. Ja? Einfach alle rechts. Und umdrehen. Dritte Reihe. Zweites Loch. Randmasche. Bei Zunahmen. Zwei Maschen rechts. Umschlag. Bis Ende recht stricken. Im Prinzip können Sie einfach ruhig und das Video mehrmals wiederholen, bis Sie jede Zeige fertig haben. Oder einfach stecken Sie mit. Rückreihe. Alles rechts. Maschenanzahl vergrößert sich, vermehrt sich. Wenn wir jetzt ab der Ecke rechnen, eins, zwei, drei Löcher sind da, noch zwei Löcher. Das heißt, noch zwei Mal das Gleiche wiederholen. Zwei Maschen rechts. Umschlag. Bis Ende rechts. Rückreihe. Einfach rechts. Solange wir hier oben nicht zwölf Maschen haben, sind wir noch nicht fertig. Und solange wir hier nur vier Löcher haben, auch noch nicht fertig. Noch letztes Mal. Zwei Maschen rechts. Ein Umschlag. Rechte Maschen bis Ende. Und die Rückreihe. Bei der müssen wir zwölf Maschen jetzt haben am Ende. Stricken und zählen. Erste. Zweite. Elfte. Zwölfte. Zwölf Maschen. Fünf Löcher von der Ecke. Halbe Zacke. Fertig. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und hier zwölf. Halbe Zacke. Jetzt Abnahmen. Abnahmeteil. Abnahmezacke. Drei Maschen rechts. Dann Umschlag. Und zwei zusammen. Eins, zwei, drei rechts. Umschlag. Zwei rechts zusammen. Ich brauche nicht mal das Wort rechts zu sagen, weil sowieso alles rechts. Und wir sind einfach rechts. Rückreihe. Bis jetzt noch zwölf Maschen. Am Ende zwei zusammen. Bis dahin einfach rechts stricken. Rand. Rechte Maschen. Bis zu zwei letzten. Zwei geblieben. Richt zusammen. Ein Loch, zweier Loch. Noch dreimal so. Eins, zwei, drei rechts. Umschlag. Zwei zusammen. Bis hinter rechts. Rückreihe. Bis zu zwei letzten. Richtige Maschen. Zwei letzten geblieben. Zusammen. Eins, zwei, drei Löcher. Noch zwei Löcher. Drei rechts. Umschlag. Gleich Abnahme daneben. Und bis hinter rechts. Rückreihe. Alle rechts. Bis zu zwei letzten. Zwei geblieben. Abnahme. Abnahme. Eins, zwei, drei. Vier Löcher. Noch fünftes Loch. Randmasche. Drei Maschen rechts. Umschlag. Abnahme daneben. Abnahme daneben. Bis dahin. Bis dahin. Drei Maschen rechts geblieben. Und die Rückreihe. Abnahme. Wie viel müssen wir Maschen am Ende haben? Acht. Randmasche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und die zwei zusammen. Acht. Acht Maschen. Und fünf Löcher von der Ecke. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zwei Zacken in graus rechts. In Orenburg Style. Auf beiden Seiten Kettenrand oder Kettrand. In den Zacken auch Kettrand. Und jetzt die gleichen Zacken. In anderem Stil. Mit linken Maschen auf glatt rechts. Sehr schön sehen alle diese Lace Augeure Muster auf glatt rechts. Auf der Basis von glatt rechts. Natürlich halten sie dann die Form nicht so gut wie die Krauss. Kraussrecht braucht man nicht nachzuziehen. Bleibt immer in der Form. Und die glatt rechts muss man richtig spannen. Okay. Aber die Kettrand bleibt. Randmasche. Und jetzt auch rechte Maschen in Hinreihen. Und in den Rückreihen linke Maschen. Okay. Wir wachsen wieder. Also Zunahmen. Zwei Maschen rechts. Umschlag. Bis Ende rechte Maschen stricken. Dann jedes Mal wenn ein Umschlag ohne Abnahme kommt eine Masche dazu. Randmasche. So mein Faden hat sich ein bisschen verteilt. Okay. Geil. Rückseite jetzt linke Maschen. Wenn es nicht gefällt bleiben sie bei Krauss. Einfach bis Ende linke Maschen. Übrigens die letzte Masche bei Kettenrand können sie auch links stricken. Links oder rechts. Es ist egal. Sie müssen nur wissen wenn sie links gestrickt haben der Faden liegt schon richtig. Sie können einfach ruhig die nächste abheben. Fertig. So wir haben eine Masche zugenommen. Wieder zwei Maschen rechts. Umschlag. Bis Ende rechte Maschen. Und hier ist ein bisschen Faden. Und hier können auch rechts stricken. Ich mag es wenn sie schon mein anderes Video mit Kettenrand gesehen haben. Habe ich gesagt dass ich sehr gerne am Ende für Kettenrand immer linke Maschen stricke. Das heißt wenn ich ab und zu mal am Ende links oder rechts stricke die letzte Randmasche es macht nichts. Hauptsache die erste wird abgehoben. Wenn sie links gestrickt haben dann müssen sie den Faden ein bisschen hier rum legen. Also die Rinderrandmasche und die Rückreihe jetzt in links. Alle Maschen links. Ganz bis Ende. Meine Lieblings Randmasche. So wir haben jetzt von der Ecke gezählt eins, zwei, drei Löcher. Wir müssen noch zwei haben. Wenn sie links am Ende gehabt haben der Faden richtig liegt einfach abheben. Jetzt sieht man ganz gut ja. Zwei Maschen rechts wie ein Weg. Und dann kommen die Umschläge. Also zwei Maschen rechts. Über den Umschläge Umschläge. Und danach einfach bis Ende rechts. Jetzt drücken sie auch rechts oder links stricken. Es ist egal. Machen sie jetzt wie ich. Dann haben sie den Faden schon richtig. Rückreihe, Randmaschen und alle links. Wir haben vier Löcher und noch elf Maschen. Wir brauchen zwölf Maschen und fünf Löcher. Noch einmal abheben. Zwei Maschen rechts. Umschlag bis Ende rechts. Und Rückreihe. Dann müssen wir jetzt zwölf Maschen haben. Abheben eins. Linke Maschen stricken bis Ende zwei. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf und zwölf. Fünf Löcher, zwölf Maschen. Hälfte ist fertig. Jetzt man sieht den Unterschied hier. Das ist den Kraus. Das ist halbe Zack schon glatt. Jetzt Abnahmen. Bei Abnahmen an der Stelle stecken wir jetzt ein bisschen anders. Weil wir jetzt glatt rechts haben, machen wir es anders. Also erst abheben. Und jetzt drei Maschen rechts. Eins, zwei, drei. Umschlag. Abnahme. Wir hatten den Kraus rechts. Einfach zwei zusammengestrickt. Jetzt einen abheben. Wie zum Rechtsstricken einstechen. Abheben. Die Masche dreht sich um. Die nächste stricken. Und der gehobene drüber ziehen. Das ist ein Überzug. Sie können auch, wenn Sie so gerne möchten, auch beide abheben und dann zusammenstricken. Verschränkt. Das wird dann das gleiche. Wir heben eine, wir heben die zweite, wieder zurück auf die linke Nadel. Und von oben rechts verschränkt zusammenstricken. So oder so. Wie Sie mögen. Das ist das gleiche. Weil Abnahme wird dann nach links schauen. So bis in die Richtung strecken. Und die Rückreihe. Erinnern Sie sich, bei Abnahmen in den Rückreihen stricken wir bis zwei letzten und die zusammen. Hier. Randmasche abheben. Linke Masche bis zu zwei letzten. In dem Fall wird natürlich auf der glatt rechts oder glatt links die Umschläge auch links gestrickt. Zwei letzten. Eigentlich kommt hier, wenn logisch sagt man, okay, alles links, dann auch zwei links zusammen. Die Sache ist, wenn wir jetzt zwei links zusammen stricken. Ich zeige jetzt so, wie Sie nicht machen müssen. Wenn ich einfach auch links zusammen stricke und umdrehe, dann ist das hier, hier Abnahmestelle. Schaut nach rechts. Wir haben aber Abnahme nach links. Das ist einfach falsch. Also machen wir es zurück. Wenn Sie mit linken Maschen auch am Ende stricken möchten, dann müssen Sie die zwei zusammen verschränkt stricken. Es ist aber ein bisschen gequälter, wenn am Ende, wenn so flüssig gestrickt wird, verschränkt zusammen. Es dauert einfach länger. Es schaut schon nach links richtig, aber es bremst mich persönlich. Ich finde es einfach diese Variante von verschränkten Maschen zusammen verstecken. Das nimmt einfach Sekunden von der Arbeit und auf Dauer, wenn Sie viel stricken, ist einfach zu langsam. Ich mache es alles zurück und trotz, dass wir hier links gestrickt haben, stricken Sie einfach zwei zusammen rechts. Fertig. Einfach. So, die erste Masche richtig abheben und unser Kettenrand und Abnahmen schauen nach links. So, wir haben eins, zwei, also dreimal noch, eins, zwei, dreimal rechts, Umschlag, Abnahme. Ich mache meistens Überzug, so geht die auch, so oder so. Sehen Sie, die erste haben wir aus der ersten Abnahmereihe jede einzelne abgehoben und rechts verschränkt zusammengestrickt, gestrickt oder einfach Überzug. Ich finde, das geht einfach schneller. Bis in der Richtstricken, Handmasche können Sie auch links, Handmasche abhin. Links bis zwei letzten. Zwei geblieben, zwei rechts zusammen. Eins, zwei, drei Löcher, dreimal rechts, Umschlag, Abnahme, eine Abheben mit Überzug und bis in der zwei, drei, vier Löcher, nochmal fünftes Mal. Und am Ende müssen acht Maschen bleiben. Dann erst abheben, drei Maschen rechts, bis zu den Umschlägen, über den Umschlag, Umschlag, dann Abnahme, zwei zusammen. Acht. Auch hier weisen. Und Rest, Sende stricken. Jetzt müssen wir acht Maschen am Ende haben. Randmasche. Eins, zwei, nochmal zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und zwei zusammen. Acht. Acht. So, acht Maschen, fünf Löcher. Zahke ist fertig. So, ein bisschen sortieren, eigene Hände. Seht ihr, wenn ich hier nicht, wenn es glatt rechts ist, dann rollt es sich noch zusammen. Das braucht natürlich waschen und spannen. Und bei Kraus rechts liegt es schon auch richtig. So ein bisschen. Und wenn man gespannt wird, dann zieht man richtig auseinander, richtig, dass das Mutter, Muster und Blöcher richtig zu scheinen kommen, so richtig alles ziehen. Noch ein, noch einmal, noch einmal in glatt und dann für diese Seite ist fertig. So, wir haben jetzt vier kleine Zähnchen oder Zacken gestrickt. Sehen Sie? Das liegt einfach schön flach und die rollen sich, solange sie nicht aufgezogen sind. Aber am Ende mit feinem Kahn sieht es ja auch sehr schön aus, wenn er auf glatt gestrickt weiter. Ich habe Ihnen am Anfang gezeigt, dass wir das stricken. Hier habe ich drei Zacken, hier habe ich vier. Ist egal. Jetzt müssen wir alles umdrehen und einfach schallen, so weit wie Sie wollen, stricken. Dafür müssen wir jetzt auf dieser Seite aus der Bohr der Maschen aufnehmen. Und das ist genau das, was Sie jetzt brauchen. Das ist ein Schausch. Und das ist gut, was Sie sehen. Also wäre es eine Schausch. Ich würde es Ihnen auch nicht schleiften. So ein Schausch. Und das wäre es ein Schausch. Was ich spalte die Rübe mit ein Böcher? Vielen Dank.